Den U23-Co-Trainer kennt ihr schon und jetzt ist bei mir der U17-Cheftrainer Martin Stoll. Auch heute gibt es wieder News, News, News aus der Akademie, denn du hast gerade unterschrieben. Wie sieht es aus, wie geht es für dich weiter mit der U17? Ja, erstmal freue ich mich, dass es weitergeht, auch mit der U17 als Trainer. Und ja, wird es nochmal für zwei Jahre verlängert. Wir spielen einen neuen Modus, eine neue Liga, die nächste Saison beginnt, die neue Nachwuchsliga. Und ja, das wird spannend, wie die Jungs das annehmen und wie sich das ganze Projekt des DFB dann umsetzen lässt. Du stehst mit den Jungs im Finale des Pokals. Eine Saison mit Höhen und Tiefen, jetzt wieder so ein Highlight. Wie hast du die Saison bisher erlebt mit den Jungs? In der Tat, ja, mit Höhen und Tiefen. Ja, wir hatten gute Spiele, ja, wir hatten Spiele, da wäre mehr drin gewesen, auch ergebnistechnisch. Und ja, aber das ist ein Stück weit Jugend. Ja, das muss man akzeptieren und das muss man den Jungs auch zugestehen. Das gehört zu einer Entwicklung dazu. Und ja, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Also die Jungs sind sehr motiviert und sind auch wirklich sehr engagiert. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, aber auch nicht immer selbstverständlich. Von daher, ja, passt das für mich. Und ja, unser Highlight schon ein Stück weit ist jetzt das Pokalfinale im Badischen Pokal gegen SV Sandhausen. Und ja, da wollen wir versuchen natürlich erfolgreich zu sein und badischer Meister zu werden, ja. US-17-Cheftrainer, was hast du dir noch vorgenommen für deine berufliche Zukunft, sag ich jetzt einfach mal, für deine Trainerlaufbahn? Ja, natürlich strebt man natürlich immer so ein bisschen danach, nur mal den einen oder anderen Schritten weiter nach oben zu gehen. Das ist ganz klar. Und ja, das wird ja einfach die Zukunft zeigen, was noch möglich ist. Im Moment macht mir das unheimlich viel Spaß. Und ich bin eigentlich täglich froh, dazuzulernen und mich selber weiterzuentwickeln und vor allem auch die Jungs weiterzuentwickeln. Dass natürlich so viel wie möglich, ja, irgendwo oben ankommen und jetzt zumindest mal auch in der U23 als Zwischenschritt. Das bietet doch für uns Nachwuchstrainer eine sehr, sehr gute Plattform. Generell, wie sieht es aus in der Akademie? Wie ist so der Zustand? Wie kann man das einschätzen? Es ist ein ganz, ganz tolles Miteinander. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Menschen dort unterwegs. Und ja, es macht einfach extrem viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man hier auf dem Gelände ist oder auch bei den Trainings. Ich glaube, auch wenn die Eltern da zuschauen, die spüren einfach die gute Atmosphäre. Und vor allem, wie ich schon gesagt habe, das gute Miteinander. Man versucht, sich untereinander zu helfen. Und das ist nicht selbstverständlich. Also es geht weiter mit den guten Nachrichten in der Länderspielpause. Martin Stoll, zwei weitere Jahre U17-Cheftrainer. Martin, alles Gute. Dankeschön. Kazzur, kazzur, kazzur! Kazzur! Kazzur, kazzur! Kazzur, kazzur! Bis zum nächsten Mal.